Das wird an Daniels sein Untergang. Wollt mehr verwalten und macht uns feiten Alle Konkurrenten, wo's geht vertreiben Wollt jedem zeigen, bin nicht zu bestiegen Ich wollt und will Drum, wollt ihn zum höchsten Minister machen Er hat doch ein Problem mit Göttern. Die Einschätzung von diesen Angelegenheiten überlassen Sie ja gefälligst unsere Experten klar. Es ist jetzt ein Gesetz, wer sich nicht daran haltet, wird gekündigt. Aber das würde ja heissen, dass ich mein eigenes Glauben verliegten müsste. Nein! Nein! Schau! Lass weg! Soll er uns geben einen Plan? Wie ausweglos, ich bin da. Der Tag wird kommen. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Hier müssen sie vielleicht auch gut gehen. Oh, 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 oh Ah, 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 ah